hallo und herzlich willkommen meine lieben zur ersten folge von far cry 5 ich bin mega gehypt auf dieses spiel und bin echt mal gespannt wie das hier ablaufen wird ich habe davor die far cry teile schon alle gesuchtet bis zum geht nicht mehr komplett gelöst und würde gerne auch mit euch natürlich ein schönes let's play hier machen ich würde sagen wir starten einfach rein ihr seht wir spielen auf der xbox von x far cry 5 und ich würde sagen wir gehen rein in das vergnügen wir sind in hope county ab geht's okay es wird anscheinend erst noch ein profil angelegt es dauert etwas es tut mir leid dass die kamera noch immer so ist ich muss mir noch ein usb kabel dann seht ihr mich auch von vorne für die erste folge wird das noch mal so sein danach die folgen wird es besser das verspreche ich euch ich hoffe von der qualität her von der ich hoffe ihr hört auch die musik jetzt weiß ich nicht ob sich das spiel aufgehängt hat oder so wer sind wir sind wir männlich weiblich wir sind natürlich er hier wird dauerhaft gemacht natürlich weder wird uns ihre gier noch ihre unmoral noch ihre verdorbenheit je wieder schmerzen fügen der vater hallo papa wie geht es dir das mein papa der sagt der vater cool nett ich aber sieht schon geil aus also schon echt cool von der quali her echt gut gemacht muss ich sagen mal gucken wie es jetzt im game ist von der qualität her ich hab mein ganzes leben hier verbracht es ist immer noch unglaublich schön vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen wie hässlich diese leute waren du verstehst es nicht wir alle hier tut diese gruppe für lächerlich sie waren anders religiös militant ist meine gottverdammte sekte der kollekt steht bevor meine kinder zuerst kaufen wir alle farmen seit dem freien an den radiosender und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten kopf eine art souveräner religiös stein und zwar gleich hier vor unserer nase niemand wird uns helfen die regierung kümmert sich den scheiß wir sind allein dass wir die verlorenen seelen retten ob sie rettung wollen oder nicht die menschen wollen nicht glauben dass solche gruppen existieren die leute haben angst man und einige wollen uns schaden einige wollen alles zerstören was wir uns hier aufgebaut haben einige werden uns schaden wir wissen nicht zu was er fähig ist wer ihr anführer joseph sie sie nennen ihn den vater und die in der außenwelt sind blind sie haben kein glauben sie haben kein vertrauen der kann auch sagen jetzt guck ich dich auch nicht mehr an heftig die 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 ich hoffe das funktioniert jetzt ich habe das mal kurz ein bisschen geändert das sieht aber alles gut aus passt extra mal eine kleinere cam jetzt für oben gemacht damit ihr mehr vom bild habt dann gehen wir rein also die grafik sieht bombe aus sieht wirklich bombe aus das wahnsinn mega mega gefällt mir wir starten rein damit kann man das schon mal machen dann gucken wir uns ist ja schon eklig alter aber auf die erde spucken schauen wir uns um sieht schon mega aus sieht wirklich mega aus haben sie top quali ganz ehrlich klar 4k optimiert für die xbox von x nice was ...dass wir auf den Akkord zusteuern. Und dass der Tag der Anrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Die werden kommen. Die wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier noch ihre Unmoral noch ihre Vertrauen hat je wieder Schmerz zu fügen. Es wird keine Schmerzen ergeben. Joseph, Sie... Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor. Lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Moment, wenn Sie die Antworten auf den Kurs abwarten und ruhig bleiben. Ganz wohl. Auf das beruhigen wir uns. Wir wussten, wie dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Und ich sah, dass das Land das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme. Komm und Sie. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe. Ein fahres Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Okay. Legt ihr mich keine Hand scheltern. Gott wird das nicht zulassen. Cooler Anfang. Absolut. So. Jetzt habe ich nicht geredet. Dass ihr das auch hört. Ich hoffe, ihr hört es. Ich nehme das jetzt so zum ersten Mal auf. Und. Ich hoffe, von der Quali wird das alles gut sein. Ich werde mir das natürlich aber auch erst nochmal anders selber anschauen. Und. Aber sieht schon echt gut aus hier. Muss ich wirklich sagen. Also da haben sie wirklich was. Geiles. Was Geiles entwickelt. Ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen seit Far Cry Primal. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen irgendwie gleich einen Schlag auf den Kopf oder so. Okay. Sitzen die alle in Kanada? Ob der in die Rotorblätter eben. Absturz. Sehr seltsam. Aber ohne saugeiler Anfang. Wirklich richtig guter Anfang. Gefällt mir richtig gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Doch. Und. 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 Aber. Und. 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 Also wir können feststellen, der Typ ist schon mal größenwahnsinnig. So dezent. Das ist echt geil gemacht ohne Scheiß. Der Herr hat dich mit seiner Liebe geschützt. Alles entfaltet mich gemäß Gottes großen Plan. Ich bin immer noch hier bei dem Nachden. Der erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir brauchen. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und Sie, in den Schulten des Untergangs, werden die Wahrheit erkennen. Lass die Ernte beginnen! Die Ernte- Die Ernte- Untertitelung des ZDF, 2020 Endlich sind wir kopfüber. Glühwürmchen! Doch, sieht echt geil aus. Was? Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn der Gegner dich bemerkt habe. Ach nee, was? Oh Gott. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängt zu blinken, wurdest du entdeckt. Okay. Hast du dich einem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke er es um einen leisen Takedown. Stimmt, Takedowns gibt es ja auch wieder. Ja, sehr geil. Jawoll. Knüppeln wir ihn nieder. Ah, sehr schön. Wir haben eine Waffe. Das ist schon mal sehr schön. Naja, mit Knüppeln brauchen wir nicht unbedingt. Gehen wir mal rein, ob wir da was finden. Gewehrmunition, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch ein Gewehr. Sieht wirklich geil aus. Also generell von der Grafik her ist da nichts zu meckern. Was haben wir da? Oh, ein Baseballschläger. So konnte man das machen, ne? Ah, sehr schön. Ah, guck mal, wir haben sogar ein Fernglas. Ah, man kann markieren. Sehr schön. Ah, sehr geil, sehr geil. Gut. Dann gucken wir mal, was wir da jetzt machen können. Zwei Gegner. Halbier. Hallo. schließen wir ihn einfach in den kopf oder machen wir so er auf jeden fall eine pistole schon mal sehr gut war das noch einer anscheinend schrotgewehr muni auch nice steuerung ist doch noch ziemlich empfindlich muss ich sagen aber lässt sich sehr sehr geil spielen ist wirklich sehr geil also es ist farcry von der wir gucken uns gleich noch mal die map an eventuell wie die map ausschaut da können wir noch mal gucken und dann soll es das für die erste folge auch schon fast gewesen sein so so Wir werden hier rauskommen, aber zuerst, wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen, wir nehmen die und wir fahren an nach draußen. Es sind wohl nur ein paar Stunden, so ein bisschen da. Und dann kommen wir zurück hierher mit der Gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest. So, jetzt sind wir wohl umstellt. So, jetzt sind wir hierher mit der Gottverdammten Nationalgarde. Okay, Aimbot ist nicht am Start, das ist schon mal sehr gut. Schon mal richtig gut, dass keine Zielhilfe aktiv ist. Da kommen wir als mehr, ich will mal ein bisschen plündern, Jungs. Okay, jetzt sind wir leer. Okay, mit plündern ist wohl nix, großartig. Nein, plündern ist nicht. Schade. Okay. 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 Alter, haben die da echt eine RPG? Wow. we're flying high nice saugeil wir sinken so ich hoffe ihr habt jetzt alle mit die luft angehalten und nachher bitte in die comics reinschreiben wer es geschafft hat und wer nicht wer musste vorher aufgeben mega generell sehr sehr geil wir bekommen geholfen so ihr lieben das war's für die erste folge gewesen sein far cry 5 ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da würde mich sehr freuen schreibt auch gerne in die kommentare was ihr euch noch wünscht auf dem kanal würde mich mega mega freuen auf jeden fall vielen dank für euren support danke dass ihr immer mit dabei sein wenn ich am live stream bin und ich würde sagen in diesem sinne würde ich sagen liebe leute haut rein macht's gut und tschüss